Hallo und willkommen zurück bei RimWorld. Ja, tut mir leid, dass so lange keine Folge kam. Das wird aber auch erstmal, äh, nach der Folge wird es wieder eine kleine Pause geben mit RimWorld, denn, ähm, ich hab tatsächlich, äh, Gürtelrose und das zieht mich halt runter, ne? Ich bin auch, äh, obwohl ich es hab, nicht krankgeschrieben oder so, das heißt, ich geh noch arbeiten und dann ist Sommerzeit, das heißt, ich bin sowieso nur auf Arbeit. Naja, ich hab jetzt die Medikamente, ich hoffe, dass das schnell weggeht, aber das hat mich halt die ganzen Tage jetzt runtergezogen, weil am, ich hab's auch zu spät erst gecheckt, dass ich's hab, ne, als die Dinger dann da waren, weil ich hat's noch nie, das, äh, sieht ja aber komisch aus, ne, aber gut, solange es mich nicht gestört hat, aber ich hab mit jedem Tag gemerkt, dass immer mehr, ich immer weniger Lust hatte tatsächlich, immer mehr lustlos wurde, bis dann, äh, Boah, der kann einfach durch Fallen gehen. Na toll. Habe ich, haben wir noch Platz? Ne. Oh, das heißt, jetzt kommen wieder ganz viele, ey, da hab ich ja gar keine Lust drauf. Vor allem da die Fallen nicht funktionieren. So, wo war ich? Achso, ich hab's auf jeden Fall am Anfang nicht gecheckt, weil ich's noch nie hatte und am Anfang hat's mich auch nicht gestört. Ne, es hat dann immer mal so ein bisschen gejuckt, aber ich dachte, das wäre halt so ein normal, normaler Ausschlag, weil ich hatte auch noch nie einen richtigen Ausschlag, deswegen wusste ich auch nicht, wie der aussieht. Aber das Jucken hab ich einfach wegmeditiert, Finger weg und schön Meditationsding gemacht und dann war das. Ich dachte grad, wieso ist denn da ein Totenkopfbild auf dem Item, aber so sieht der Helm aus. Auf jeden Fall, als das dann ein paar Tage anhing, hab ich dann mal, äh, mich erkundigt und hab so, dachte ich zuerst, okay, vielleicht so Quaddeln, Nesselsucht. Hab dann ein bisschen weiter geguckt, dann hab ich ChatGPT mal ein Foto davon gezeigt und der hat direkt, äh, nee, Gültelrose. Und dann dachte ich so, ja, scheiße. Das heißt, jetzt ist die auch relativ spät, fang ich jetzt eigentlich mit der Behandlung an. Ich hoffe, das macht keine Probleme. Oh, ich hab gehört, wenn man das nicht behandelt, dann kann das richtig Probleme machen. Hier oben wurde noch detektiert. So, ich denke, jetzt wurde erstmal keiner detektiert mehr. Oh, schön. Leuchtet denn irgendwo noch einer? Nee, aber wir müssen ein von den Dingern... Ich muss mal grad gucken, wo ich die überall hab. Dann machen wir's anders. Okay. Also hier muss noch einer hin. Da machen wir noch einen hin und hier machen wir auch noch einen hin. Gut. Wir müssen nicht alles ausfüllen, aber da, dass die Geschütze dann zumindest gut funktionieren. Ja, und warum ich jetzt noch eine Folge aufnehme, weil ich bin immer noch in dieser... Nee, ich hab jetzt, äh, Bringschicht gehabt nach der Nacht. Bin nach der Nachtschicht zum Arzt gegangen. Dann zur Apotheke, dann macht mein Auto auch noch Probleme. Das heißt, ich bring gleich mein Auto weg. Jetzt muss ich dann auch dieses Medikament jetzt für die Gürtelrose, das soll man wohl immer zur selben Zeit nehmen. Das heißt, jetzt muss ich das auch bestimmt timen, dass das mit der Schicht gut funktioniert. Und das ist schon, das ist schon, das ist schon Stress. Da verliere ich dann einfach so die Lust. Spiel dann so ein bisschen, um so runterzukommen, so ein bisschen Song of Conquest. So ein schönes Spiel. Aber am meisten liege ich einfach nur noch oben und gucke Animes. Wenn ich nicht arbeiten bin. Schlafen ist schwierig, weil ich mich nicht auf die eine Seite legen kann. Und mein Rücken tut auch weh. Ich weiß nicht, der Arzt meinte, dass mit dem Rücken... Ist eigentlich jetzt keine typische... Dings kann aber damit zusammenhängen. Es ist zumindest gleichzeitig aufgetreten, ne. Also sobald die in Erscheinung trat, hatte ich auch übelst wie Rückenschmerzen. Das heißt, Schlafen ist auch schwierig und ein Schlafmangel... Es waren noch Zeiten, wo man noch jung war und gesund. Wird nur schlimmer mit dem Alter. Schlimm. Und dabei bin ich noch gar nicht so alt. Aber ich kann wahrscheinlich sagen, und ihr alle wisst genau, was ich meine. Weil alle meine Durchschnittszuschauer sind alle älter als ich. Und Aria, falls du das siehst, keine Sorge, du magst vielleicht die älteste sein. In Discord. Aber du bist auf jeden Fall nicht einer der ältesten, die hier den Kanal gucken. Laut der Statistik... Habe ich sogar, äh... Ja. So 80-Jährige bis 90-Jährige. Gucken wohl auch. Grüße. Wobei laut Statistik bist du, äh, dann auch die einzige Frau. Weißt du Bescheid? Wieso hat noch keine... Achso, wir haben keine Soldaten mehr. Stimmt. Ach ja. Oh nein, ich erinnere mich an das Desaster in der Grube. Das Gruben-Desaster. Wieso können wir das nicht einfach sprengen so? Weil die sich wieder rausbuddeln, ne? So, aber wie sieht's denn aus mit Missy? Muss noch bekehrt werden. Aber wir brauchen wieder Soldaten. Und mittlerweile auch wieder Berserker. Wobei Berserker... Könnten wir vielleicht mehr auf Gule gehen. Da muss ich die Entitäten mal wieder schlachten. Wir brauchen dringend mehr Wasser. Na gut, wir haben ja hier einen Auftrag. Was fehlt? Stahl oder Bauteile? Oh, ich krieg wieder Rücken, ey. Ich merk's direkt. Es fehlt Stahl. Was ich aber krass fand, dass tatsächlich... Ich erwähne's ja immer wieder mal, dass ich ja meditiere, dass die Meditation, beziehungsweise... Also die... Das, was man... Beim Medit... Ja, also man kann sagen, das, was man beim Meditieren lernt, ja? Also die Übungen, wie man das macht, wie man das handelt, haben mir unnormal geholfen, diesen extremen Juckreiz einfach weg zu ignorieren. Weil der ist nicht ohne, dieser Juckreiz. Und dann immer wieder permanent... Beim Schlafen, muss ich zugeben, stört der enorm. Aber so im Laufe des Tages, wenn der dann auftritt, einfach als Meditationsobjekt machen, kurz ein paar Mal durchatmen und dann easy. Musst du überhaupt nicht jucken oder so? Achso, der Händler, ja. Da wollte ich ja handeln. Keiner sagt hier was. Wir haben auf jeden Fall sehr viel Mais. Habe ich nichts zum Verticken oder was? Na gut, die Rauchblatt-Joints und Zigarillos, aber die behalte ich mal. Oh, jetzt kommt der... Der Juckreiz kommt durch. Obwohl ich eigentlich eine Salbe... Ich habe extra eine Salbe eben mitgekauft. Die der empfohlen hat. Draufgeknallt. So ein Zink-Ding. Juckt trotzdem. Das juckt da einfach durch. Ja, die über 90, würde ich sagen, behalten wir mal. Oh nein, ich habe die Skulpturen. Die Skulpturen. Aber jetzt merkst du das, wenn du die Nachtschicht durchmachst. Mir blieb nichts anderes übrig, ne? Ich muss so schnell wie möglich zum Arzt, weil ich schon zu viele Tage drüber bin und das einfach ignoriert habe, weil es mich nicht gestört hat, bis auf letzte Nacht. Und dann habe ich erst rausgefunden, dass es tatsächlich Gürtelrose ist. Schlimm. Was aber interessant ist, dass jetzt durch diese Salbe, die trocknet das so ein bisschen aus, ist, merke ich jetzt nicht mehr so stark, das Jucken tatsächlich. Aber dafür ist an manchen Stellen, tut es jetzt weh. Wow. Da fangen wir das Jucken aber dann doch lieber. Lieber. Zehn Tage? Wie viele sind das? Drei. Das sollte kein Problem sein. Willkommen. Sarah und die Geflüchteten. Bergbautiere. Ein Berserker. Noch ein Berserker. Die könnten wir jetzt schön in die Grube schwicken, aber wenn die sterben, greifen die an. Aber dann sind die in der Grube, dann kommen die nicht mehr raus. Hier bewachne dich mal, mit einem von denen. Du nimmst mal... Warte, wer war der Gute im Nahkampf? Du. Dann nimmst du mal einen Langschwert. Und du nimmst einen Gladius. So, wir geben denen auch schnell die Kleid um, damit die... Ach, kann ich gar nicht. So, Sarah, wie sieht's denn aus? Ihr habt euch freiwillig gemeldet? Ach, geht gar nicht. Geht gar nicht. Schade. Ja, dann weiß ich nicht, ob das so geil ist, wenn ich die bewaffne. Stell dir vor, die meutern und dann haben die jetzt die dicken... Dann haben die jetzt die guten Waffen. Ach, Vertrauensvorschuss. Vertrauensvorschuss. So, du kümmerst dich dann mal um Bergbau und Steinbruch. Du kümmerst dich um Werther. Dann noch ein Koch. Hier. Du bist Koch. Oh, shit. Ich bin zu müde, ey. Wie soll ich denn das jetzt noch die... drei Stunden durchhalten? Was ist schlimm, wenn du nur einen Tag frei hast und in diesem einen Tag alles gleichzeitig machen musst? So, hier ist Stahl, ne, Leute? Wieso tut ihr nicht schmelzen? Jo, sag mal. 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 Ach, sorry, da, äh... Kamen gerade wichtige Nachrichten. Nicht mal beim Aufnehmen hast du hier Ruhe. Landstreicher wollen Almosen. Gumpi, was wollt ihr denn? 40 Penicillin. 40 Penicillin. 40 Penicillin. Ist viel. Ist echt viel. Ne, machen wir nicht. So, was haben wir denn hier? Komm, wir gucken mal Neutramin. Wir kaufen mal wieder, was wir kaufen wollen. Aber dann müssen wir natürlich auch was verkaufen. Wir haben hier zum Beispiel 200 Dandelion Tee, die Zigarillos und den Rauchblatt. Das behalten wir natürlich alles. Das behalten wir natürlich alles. Oh, wir haben sehr viel Yayo. Aber nicht so viel Gojuice. Molekularanalyse. Molekularanalyse würde ich gern kaufen. Giftresistenz. Nehmen wir die Molekularanalyse mal rein und jetzt muss ich wieder was verticken. Zuckerrohr zum Beispiel. Die Skulpturen. Perfekt. Schöner Deal, schöner Deal. Ich muss gerade noch mal. Ich mache euch eine Draufsicht, dann könnt ihr besser sehen. Also, ich muss gerade noch mal. Untertitelung. BR 2018 Sorry. Aber da geht es wieder hier um 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 die Gürtel. Sonst spammen die immer weiter, wenn ich nicht antworte. Haben wir eigentlich was in Auftrag gegeben? Das würde ich jetzt gerne mal wissen. Ich kann mich nämlich nicht dran erinnern. Ne, wir haben aber auch hier nichts gedingst. Boah, ich glaube, ich muss gleich ein Nickerchen machen. Dann lege ich mich zwei Stunden hin, bevor ich nochmal los muss. Schlimm. Mir fallen gerade die Augen zu. Aber wenn ich es schaffe, noch bis 18 Uhr durchzuhalten und dann pennen gehe, bin ich direkt von Nachtschicht in den Frühschichtrhythmus gewechselt. Das wäre doch super. Aber es wäre ungeil, wenn ich müde nachher zur Werkstatt fahren muss. Ich denke, so ein einstündiger Powernap ist doch nicht schlimm, oder? Wobei, dann bin ich noch toter. Ha, schwierig. Was soll ich nur tun? Die Grube rumort. Ja, jetzt würde ich gerne mal wissen, wie es da drin aussieht. Aber ich sollte vielleicht die anderen erstmal auf Position schicken. Die Mechs gehen erstmal auf Gebiet 2. Genauso wie die 3. Also zum Ausgang kommen die hier nicht wirklich. Okay, man sieht's drin nicht. Die kommen dann halt alle hier raus, aber man sieht's drin nicht. Oh, das war's schon. Hier ist wohl doch noch einer hier Platz. Hier alle am Boden liegenden. Wieso habe ich das nicht schon früher so gemacht? Es sind aber weniger rausgekommen, oder? Also ich denke, das hat schon ein bisschen was gebracht. Aber so könnten wir theoretisch einen permanenten Konsum an entstelltem Fleisch, wenn ich die schlachten würde. Vielleicht sollte ich einen von denen nehmen, der nur für Entstellte ist, dass wenn ich dann theoretisch welche bräuchte, dass ich immer welche hätte. Machen wir sobald wir einen Ghoul haben. Was sagt denn unser transatlantische Entführung? Ja, Translokale, aber das ist jetzt der transatlantische Entführung. Wir brauchen mal andere. Wir kriegen ja immer nur dieselben. Jetzt haben wir zwei Köche und trotzdem wird kein Bier hier gemacht. Sada und Sarah. Aber gut, ich würde sagen, das war es jetzt auch für diese Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Könnte sein, dass wenn die Zeit kommt, habe ich glaube ich am Anfang vergessen zu sagen. Es gibt noch zwei andere Projekte, wo ich richtig Bock drauf habe. Norland will ich unbedingt mal reinschauen. Das soll ja wie Rimworld sein. Und dann spielen wir, das hat Scrabble mir empfohlen. Was war das? Irgendwas? Tavernen-Dings oder sowas. Das ist irgendwie so wie Graveyard Keeper, meint da. Muss ich mal gucken. Kann sein, dass dann vielleicht kein Rimworld kommt, sondern eins von denen. Mal gucken. Na ja, vielleicht geht es mir dann ja auch besser und dann kommt alles. Also bis dann. Ciao. Uuuuuh.